Ich hab meine Lieblings-Mapes-Office einfach nur wegen der Verkleidung der Terroristen dann schon ein bisschen flitzig. Ähm, kein Minen. Ja, du kommst wunderbar in unsere Gruppe. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass du nicht Max willst. Wer ist Max? Der Kumpel, mit dem ich mich zeitweise nur in Rülpsen unterhalte. Ich hab zwei Kids bekommen. Die Nova ist die Sniper unter den Shotguns. Wow. Ich fühl mich vergewaltigt. Du fühlst das aber nur. Ähm, Bots? Gefunden! Das war Klatschen! Ähm, natürlich. Fetten geht so. Oh Mann, Tempo drauf. Zeit ist Geld. Huhn, komm mit mir. Das ist mein Geld, das ist mein Geld, das ist mein Geld, das ist mein Geld. Ja! Wieso nicht? Wieso nicht? Hier geht's! Ehhhhhh! Ja gut, wir sehen uns später, ne? Mh! 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 Den Schrei hast du nicht gehört. Mh! 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 Drei CT´s. Erst einer, dann kommt ein zweiter von ihm hervor und dann sind da drei. Willkommen zu den Reichsfeldern, motherfucker! Alle nehmen mir Arsch. Sexy. I know. That´s what I call sexy, a burping mate. She is Nurian, Nurian! I'm still in my mouth, baby! I'm the babe! Oh, hi. Hey! Hey! Hahahaha! Beim Geld hat einfach sein Bein hochgeschwungen. Ich, äh... Cash? Nice. Cash? Cash? Sch! That´s what you subscribed for. You have now been subscribed to- Cyanide Dream! No, no! China! China! China, China, China. China 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 I have a custom maps if you like. Okay. Okay. Oh mein Gott! Siehst du mich echt nicht? Oh, hi. Und ich will nicht sterben, ne? Du stupst schon nicht. Oh, hallo! Oh, hallo! Hi! How do you aim at me? Guck mir die Map an, Mann. Ach so, okay. Bring mich das um? Nein! Dieser Strommast. Da steh ich grad drauf. Wie viel Lecker hat er durch die Gegend? Ja, du hast einen Ping von 600. Oh, hell ja. Du stehst auf dem Strom... Oh, Gott. ... ... ... ... ... Oh, nein! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer wollte besser... Hallo! Geht doch! Machst du schon wieder Lärm? Nein. Ich glaub ich hab dich grad aus den Augen verloren, kann das sein. Ich weiß nicht. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Nein! Oh! 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 Fuck! Oh Gott! Freihard! Ich will kein Freihard! Du könntest jetzt schießen, aber... ... durch die Wand, was kriegt denn? Oh! Okay, man kann doch nicht wohnen schießen, wie es scheint. Mh... Die Sachen, die du sagst, wirst du später sehr bereuen. Ich seh, dass... ... der in dein Kopf geht manchmal auf. Hallo! Wir beide schlechten... Wir beide schlechten Globes. Ich kauf noch. Ich bin ne Frau, ich brauch ein bisschen länger. Oh shit, what? What? No, no, no! Hey, what's up, guys? It's Gersia. Today we have a bunch of news. Oh! Ich hab ich von der Wand erschrocken, die kaputt gegangen ist. Ah, ich verlebt. Was, ich hab da verfehlt? Oh, es... Die Lüft ist ganz gut hier. Wetter als viel überhaupt nicht. Ich bin feucht. Ich... Ich... Es kann sein, dass ich gestorben bin. Ich sehe nicht. Nein, tust du nicht. Okay, du tust mich sehen. Hallo! Los, go! Nein, lass dich nicht kicken. Ich will nicht nochmal, dass du wieder gebannt wirst. Take my love. Take my land. Take me where I cannot stand. How it feels to Ju5Gum. Stimulate your senses. Boah, jetzt hab ich auch den Maxxel geladen. Nee! Schnell, Matti, schnell! Okay, wir haben's wieder witzig. Oh! Du bist so fucking disgusting, guy. Ich war's... Ich war's nicht. Ich war's... Ich war's... Was denn? Ich mein Martin. Hä, warum ich? Das ist doch Jeremias! Ich war's nicht! Ich hab's einfach aufeinander. Vielleicht passt auch jemand aus... Vielleicht passt auch jemand aus... Er will die Weißen auch letztlich. Let's go! Vielleicht passt ja auch jemand aus einem anderen Team. Gute Zeit! Hahaha! Ich hab's nice things! Oh, warte, warte, warte! Geh ich mir ab? Klingt im Harz! Hahaha! Ich will Loli essen! Ich liebe Lolis! Ich auch! Und nur Martin, ich versteh'n's! Daniel, ähm, lass mich dich wissen, dass ich dich hasse! Ava-Tonnel! Ava... Das ist oben! Ne... Ist da nicht?! Oben! Oben Daniel, ja! Ist ja nicht so, dass man laufen kann, Jungs! Nein! Man bleibt ja das ganze Zeit auf einen... Schhhh... Du hast doch von so kleinen Kissen auf dem Tisch bequält. Hahaha! Genau so! Kissen hat dann einen besseren. Ich hab sogar mein Mikrofon gestreichelt! What the fuck?! Hm? Da ist ein Auto in der Garage. Ich hoffe, es ist nicht anders. Galil für die Pussies, mhm. Das ist wunderbar. Durch. Wow, wirklich? Wir freuen uns auf dich. Nicht das, egal was dich behindert. Und dazu darfst du es nicht. Was? Was? Let's get in and out. Memes. Mates, du gehst vor. Okay, das ist ein mies. Double wayport. Beweckst du, dass die Bomber auch noch da unten. Ich immer schon, wie ich kann, Alter. Ich hab ihn, Jeremias, du bist besonders. Danke. Halt's Maul. E. B. B. E. Ach, E. Meine Fresse, Alter. Bist du taub geworden, oder was? Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Was glaubst du denn, wo bin ich? Oh. Funden, Bitch. Ich würde aufpassen, wo du hinläufst, weil wenn die Hände dir folgen, dann sagen die direkt, die Fotze ist hier. Ich glaube, ich weiß, wo du jetzt lang gehst. Lecker. Huhn, komm mal mit. Komm mit. Ich sammle jetzt Hühner. Halt's Maul. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Hühner. Die Hühner sind gerade eine höhere Priorität als du. Genocide. Wäre das jetzt in echt, ich könnte das nie über mich bringen, einfach ein Tier zu töten. Egal, was ein Tier ist das? Nicht mal eine Spinne. Ist das irgendwie voll traurig? Ich weiß. Nein! Uh, Headshot! Uh, 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 uh! Oh, Subtrache. Oh, das hätte es nicht tun sollen. Ganz schlecht in den Scha- Oh! Doch, das ist mir gesetzt. Oh! Oh! You just got pranked! Ha! Got him! Okay, ich habe Angst, hier ist eine Dunkelheit. Oh mein Gott! Haters gonna hate! Coco? Opfer. Do your fucking duty. Hier sind die Eier geschaffen. Gut so. Und zugleich unmoralisch. Achtung. Oh, danke, danke für den, ähm, Sektor. Danke für den Sektor. Danke für den Sektor reichen Spawnkill. Das machen nur Noobs. Wie viel fühlt sich das an, ha? Na klar. Mit dir kleinen Tipp, ich bin jetzt und hier. So, ich, ist die Sub gut? Warte. Lass mich mal kurz schießen. Oh. Eine Maschinenpistole. Alter, nachladen dauert so fucking lange. Das kann ich jetzt sein. Denk nicht mal dran! Was würdest du machen? Was würdest du machen, wenn du ein Kind in front of dir warst? Was würdest du machen? Lass mich mal kurz nicht immer. Ich bin nicht ganz inund. I 本当, wie lange ist es. Outro